Es geht weiter mit Bloodborne. Let's do it. Oh man. Oh man. Okay. Kiesel. Man, man, man. So unnötige Sachen. Aha. Okay. Okay. Ja, Jungs, ich komme schon zu euch. Oh, was ist das? Oh, man kann ja nicht blocken. Ihr wisst ja. Ja. Tuckt. Was kommt? Oh man, die Gegner sind schon stark. Soll ich von da oder? Soll ich runter springen? Ich glaube, ich gehe so. Sieht sicherer aus. Oh. Oh. Gleiche. Versuche. Ja. Munition, ne? Sehr nützlich. Nichts. Oh. Nein! Nein! Jetzt kommen sie alle! Scheiße! Polizei! Gebebt nicht! Ja, wenn man sieht, ich bin sehr aggressiv! Ich bin sehr aggressiv! Komm, Kollege! Wer sieht hier aus wie Leatherface? Das ist Leatherface! Was suchst du hier? Was suchst du hier? So! Gut, hier ohne! Das sind Heilgetränke! Ja! Spritzen! Was ist das? Aha! Schütz! Ist jemand zuhause? Hallo? Nein! Aha! Boah! Was ist das denn? Was ist das denn für ein Haiwan? Seht ihr Freunde? Seht ihr das? Das ist die Abkürzung! Oh yeah! Oh yeah! So! Aber dieser Kollege ist schon ein bisschen schon ein bisschen Heavy Metal! Also lassen wir ihn mal in Ruhe! Ich meine... Er hat uns doch gar nichts getan! Hm? Wieso? Nicht Lebensmittel? Hm? Sehe ich so aus? Nein! Nein! Also! Deswegen lassen wir ihn ein bisschen in Ruhe! Ja! Und die kommen wieder! Aber schau das mal an! Wie das aussieht! Boah! Am liebsten würde ich auch gerne da wohnen! Ne? Mit den Leuten dort! Wieso nicht? Oh! Was ist das? Dein Geist! Oh mein Gott! Ja! Habe ich einen... herzlichen Fuck bekommen! Ja! Das werde ich noch öfters bekommen! Glaube ich! Scheiß! Was ist das? Lan! Was ist das? Shish Kebab! Ich denke in Deutschland kennt man das! Shish Kebab! Kebab! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seid ihr dieser fremde? Tja tut mir leid! Aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben! Lahn! Verschwindet von hier! Lahn! Seid ihr dieser fremde? Tja! Wieder hol das nicht! Ja ich gebe dir jetzt eine! Oh was ist das? Das ist Feuer Scheiße, oh nein Ich muss mich heilen Okay Was ist das genau? Ah, ja genau So lang ist sie auch nicht, ne? Irgendwie habe ich Angst zu sterben Also mein, also Ich kenne guter Spiele Also erwartet nicht viel Ey, ich komme in Frieden, Mann Was ist los? Oh, Scheiße Oh, 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 oh Okay Hunde Greif mich an Ich werde ziehen Ihr werdet ziehen Ich werde euch rasieren Komm, greif mich an Ja Gebt ihm Habe ich das auch automatisch? Dass er die Gegner Angreift Also anpasst Habe ich das? Ich weiß nicht Ich glaube Ich glaube schon Ich glaube schon Ein automatisch Zielwechsel Yeah Gut Gut, 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 gut Scheiße, Mann Ja, die Gegner sind schon stark Und man hat keine Oh Mann, Mann, Mann So Man kann nicht genug Vorsichtig sein Was gibt's hier? Oha Oha Gutstein Scherbe Das glaube ich für die Waffe Ich kann alles kaputt machen Schon geil Schon nice Also Freut mich Dass ich alles kaputt machen kann Okay So Wie man sieht Wenn er mich trifft Und wenn ich sofort zurück schlage Und ihn treffe Dann Bekomme ich mein Lieben wieder zurück Es ist Also ein Sehr offensives Spiel Ein aggressives Spiel Ja Aha Ja, guck ihn an Oh Das war knapp Oha Oha Schnell Noch einmal Noch einmal Okay Okay Ist gut So Ich muss mich heilen Okay Ich muss mich heilen Okay Kugel Er braucht die schon Ich brauch sie kaum Aber wenn man das beherrscht Oha Was ist das? Oha Der nicht trifft Er Seid Verflucht Gleiche Gut Suchen Gut Ja Wie viel Blutechos habe ich 1000 Ah ihr seht das ja Geil Oben In Dark Souls Ist das ja hier gewesen Ja Und dann leider hat man das nicht gesehen Ja Habe ich auch nicht so viel gefahren Doch Ich habe schon ein bisschen Ein Zentimeter Okay Ja Es geht weiter Hallo Oh Oha Mit der Waffe Was ist das denn? Ich zeig dir gleich Wie groß die Welt ist Homie Oh man Nicht getroffen So Geschichte Voll getroffen hat er Wirklich Respekt Muss sagen Also man kann hier Wirklich schön Farmen Also Blutfioles Also Heilgetränke Die kann man hier Wirklich gut fahren Denke ich Aber Äh Ich muss Vielleicht nicht unbedingt Oh man Oh Scheiße Wie man sieht Ich bin Nicht so gut Es gibt kein Gott Aha Oh man Okay Ist meine Zeit gekommen Wie hören die so aus Oh shit Alter Heilig Oh schnitz Scheiße Oh man Ich bin hier fest Hilfe Oh mein Gott Ich muss mich kratzen Hilfe 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 So Kein Problem Alles unter Kontrolle Oh Oh Meine Waffe Meine Kürze Ich mache so wenig Schaden Ich habe so viele Heilgetränke verwendet Also ich weiß nicht Oh nein Boah Das war knapp Ja Du Ey du Komm Komm Greif mich an So Jetzt Noch mal Noch mal Noch mal Scheiße Ich bin tot Es kann nur Eingehen So Ja Blutfioles Ja Ich brauche noch 20 Und dann bin ich zufrieden Ja Mit dem habe ich geredet Der lässt mich einfach nicht rein Der Penner Aber den Dem zeige ich noch Ja ja Er wird schon sehen Schrei nicht so laut Okay Noch drei Stück Sieht gut aus Wirklich Kurze gleich Oha War ja kaum Schaden Interessant Ey Alter Hundi 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 Oh er ist tot Armes Tier Er hat einen besseren Tod verdient Scheiße Und ich auch Ich auch Ich will nicht sterben Nicht jetzt Nicht so Oh mein Gott Guck das mal Was ist das? Blutfühler Ja super Wow Zwei Stück Ich brauche 20 Ich brauche 20 Lauf 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 Wenn ich das verbrauche Bekomme ich Blut Ich muss Also Das oben rechts Das ist dann Damit man seinen Charakter verbessert Je höher die Stufe Ähm desto mehr kostet es Ja ganz einfach Simpel Es ist simpel aber ich kann es nicht erklären Ja so Dann Was kommt jetzt Wo seid ihr? Ich bin Stufe Kann ich das anschauen? Status Stufe 10 Ja Da sind Da sind wir sowieso noch am Anfang Also das Spiel wird brutal schwer Ja das ist noch Das sind noch die schönen Die guten Zeiten Wo man noch ein bisschen genießen kann Ja Kopfschmerzen Und Depressionen bekommt man erst später Ich glaube nicht dass ihr von hier seid Tja Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jahr Ah ihr armes armes Ding Scheiße Motherfuck Mach auf Ich glaube nicht dass ihr von hier seid Abfahre Abfahre heißt verpiss dich Das war schweizerdeutsch Ah ok Oh mein Gott was ist das denn? Babywagen Und das sind Krähen Oh Das sind so süß Seien wir auch Oh Hallo Nur am schreien Aber ansonsten Ölurne Oha Keine Ölurne Kann ich die kaputt machen? Nein Kannst du nicht Ist auch so Also es gibt sicher auch Verstecke Mal schauen Was wir so finden Denn Schau das mal an Ist das nicht nice? Hm? Hm? Schön ne? Ah Hey Dicker was machst du? Du siehst aus wie Quasimodo Von hinten Bist du Quasimodo? Ja der sieht nicht so nett aus Ja der sieht nicht so nett aus Geist Ok Hallo Ok Aha Oha Aha Und Oha Hey Komi Keine Scheiße Scheiß Dreck Wieso machst du nicht schaden? Wieso? Wieso? Wirst du mir das Leben schwer machen? Oh yeah Ich sag's immer Kondition ist das Wichtigste Ja Und wie viel habe ich bekommen? Für ein Fackel und Molotow Cocktail Und ein bisschen Rosinen Dankeschön Hat sich gelohnt Ja Aber er sieht geil aus Schau mal Oh Nur das finde ich bisschen scheiße Was ist das? Aha Gut Ok Was ist da? Hinweise 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 Überall gibt es Hinweise Ja online Das ist weg Also man kann erst später glaube ich Kann man Andere rufen Aber erst später Wie gesagt Ab wann? Wir werden sehen Hier ist geschlossen Also ist schon heftig Man kann nicht Blocken Man muss ausweichen Man muss ausweichen Noch ein Schuss Oha Habe ich jetzt nicht getroffen Eben Eben Wow Wir haben wenig Oha Das ist ganz schlau ne? Scheiße Aha Passieren Genau Wow Das hat geil ausgesehen Viele machen das die ganze Zeit Und das finde ich dann wieder mal so bisschen Man kann das ja nicht immer machen Nicht bei allen Gegnern Aber Ja ich finde das bisschen so Irgendwann Ja So die Zeit ist auch leider schon um Hier die Aufnahme Abbreche Gehe ich noch schauen ob jemand in der Nähe ist Nein So Danke dass ihr zugeschaut habt Ich hoffe es gefällt euch Also Es ist eins meiner Lieblingsspiele Ja Dann Bis zum nächsten Mal